Für mich ist ja Sport immer gefragt, weil ich ja Modersportler bin und deswegen auch im Winter sportlich unterwegs sein muss. Aber ganz klar zählen natürlich Fitnessgeräte auch dazu und sie sind eigentlich nicht mehr wegzudenken und sie machen auch Spaß. Definitiv zu Hause, aber mein eigenes Fitnessstudio zu Hause, weil im Fitnessstudio wird man eigentlich immer nur abgelenkt. Und richtig trainieren tut man dann wirklich, wenn man auch alleine ist. Es kommt immer darauf an, wie ich trainiere. Wenn ich wirklich hart trainiere, dann habe ich keine Zeit für Internet und Facebook auf den Geräten rumzutippen. Wenn ich natürlich ein bisschen Ausdauer mache und zwei bis drei Stunden auf so Geräte sitze, dann hat man natürlich die Zeit und dann ist es natürlich auch ein schöner Zeitvertreib. Ganz schwierig. Aber ich glaube, jeder tut sich da richtig hart. Aber das Beste ist immer, wenn man denkt, wie gut man sich danach fühlt. Weil das ist einfach traumhaft. Nach der Dusche kommt man raus und sagt, gut, ich habe es geschafft. Das war genau das, was ich gebraucht habe. Und ich glaube, das ist auch wieder die Motivation, wenn man das nächste Mal auf die Geräte drauf springt.